Hi, schön, dass ihr da seid. Seit 2009 steht GPJoule für die Energiewende und den Klimaschutz. Und heute? Heute gehen wir ein Stück weiter in Richtung einer sauberen und besseren Welt. Für uns und unsere User geht ein Traum in Erfüllung. Ich darf euch heute euren digitalen Berater vorstellen, den e-Expert. Das einzige Tool im Markt, das euch bei euren Ladeinfrastrukturprojekten unterstützt und euch zum Elektrifizierungsexperten macht. Und weil wir unsere Kunden lieben, gewähren wir einen kostenfreien Zugriff auf das in Grau und Gelb gekleidete Megatool. Kurze Klickstrecken lassen euch vorhaben wie Elektrifizierung von Fuhrparks, Immobilien, Tankstellen, Ladeparks im Handumdrehen planen. Der e-Expert liefert euch zuverlässige Werte wie Dimensionierung, Leistungsbedarf und CO2-Einsparung. Darüber hinaus liefert der e-Expert individuelle Empfehlungen für Services oder Produkte anhand eurer Eingaben. Und bietet euch eine direkte Kaufoption, die voll digital abwickelbar ist. Willkommen im Jahr 2023. Gemeinsam betreten wir ein neues Zeitalter der digitalen Beratung. Der e-Expert erblickt das Licht der Welt und macht euch zum Experten. E-Expert 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 E-Expert